Oh jeder, was geht ab, Leute? Team Bubbelt hier. Wir haben hier den. Der Name? Ich bin der Erik und mein Vater von Ramon. Genau. Wir wohnen wie lange spürt ihr jetzt schon hier? So ein halbes Jahr. Vom halben Jahr herangefangen. Und seitdem ist er noch unterwegs in München. Und Sie sind auch seit einem halben Jahr involviert in dieses Spiel? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht? Nein, gar nicht. Ich bin nicht überhaupt nicht. Ein bisschen zu schwierig wahrscheinlich. Und wie alt ist ihr sonst? Der ist jetzt zwölf. Wie kam ihr sonst zu dem Spiel? Ich war eine Freundin in der Schule. Ist er mitgegangen? Ja. Und was ist hier so? Sind Sie jetzt hier so eine Art Aufpasser? Nein, nein. Nein, ich wollte mich einfach nochmal erkundigen, wo er so tagsüber unterwegs ist. Und was ist Ihr Eindruck bisher so? Super. Es scheint ja interessant zu sein. Und dann geht es auch mit Tauschen in dieser Nähe. Und was halten Sie so vom Tauschen? Finde ich gut. Tauschen sind hier noch besser als Kaufen. Kennen Sie sich so ein bisschen aus mit den Kartenpreisen so ein bisschen? Hat Ihnen was erzählt? Ja. Hat Sie das überrascht? Das ist schon ganz schön in immense Summen. Ja, da gibt es ja auch einen extra Markt für Einzelkarten und so. Machen Sie sich da vielleicht ein bisschen Sorgen um Ihr Kind, also falls er mal eine teure Karte hat oder sowas? Ich meine, wenn er so eine teure Karte hat, dass er nicht abgezogen wird. Ich weiß ja nicht, wie kriegt man eine teure Karte, indem man kauft und dann zufällig eine teure Karte hat. Er könnte zum Beispiel Packungen kaufen, sowas zum Beispiel. Und dann beglückt eine teure Karte. Und das, das wusste ich gar nicht, wie das ist. Okay. Also er muss seine Erfahrungen machen. Natürlich, jedes Kind muss seine Erfahrungen machen. Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel ist. Das ist ja auch nur ein Abschnitt. Ja. Ja, aber wir spielen ja auch schon ein bisschen leicht lang. Wie lange denn das? Fast 10 Jahre. Fast 12, 10 Jahre. Ihr seid da nie Abschnitt. Wir hatten mal die Phasen, aber... Wir waren schon mal so, aber jetzt sind wir älter geworden. Jetzt versuchen wir den kleinen Surfer. Ich habe schon mitbekommen, da gibt es einen, der extra nur reinkommt und kaufen und verkaufen gehört. Und da gibt es natürlich auch einen Erzählung und Profit. Ja. Wer kauft für 3 Euro und verkauft selbst für 5 Euro. Genau, das gibt es ja immer. Und wie sponsern Sie das Kind? Also auch mit Taschengeld? Kauft es sich dann alles selber? Oder kommt er dann selber zu ihm und sagt... Nein, nein, du musst dann zu Hause Teller waschen. Okay, okay. Aber dann ist es dann für Sie dann eigentlich egal, dass das Geld dann ausgeht für sowas? Oder... Oder hat es auch noch eine Grenze irgendwo? Ja, die Grenze ist ja, er hat ja nicht zu Hause, um das auszugehen. Und deswegen finde ich es ja auch gut zu tauschen. Dass er auch mal 2 Euro verdient. Und dann von draußen. Mehr kann ja nicht passieren. Er kriegt ja keine 100 Euro in die Hand und kauft sich dann eine Karte. Ja, hoffe ich. Hoffe ich. Ja. So. Mir fällt nichts mehr an. Ja, schön. Und was macht ihr so in der Freizeit? Das hier. Ja. Ja. Das ist jetzt schon, im Gegensatz zu früher schon echt exklusiv. Das hab ich jetzt auch gemacht. Also ich bin schon sehr überrascht, wenn man gleich so im Hinterhof kommt und sieht man in dem Lenenzümer umeinander, um hier. Ja. Und bevor Sie irgendwie einen Quatsch anstellen, sollen Sie lieber hierherkommen und bisschen zocken. Und nicht so. Ja. Oh jeder, was geht ab Leute? Ich hoffe euch hat das Video gefallen, seht ihr mal, liet uns, abonniert und kommentiert. Erzählt uns was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt uns die Facebookseite da. Und natürlich unsere Sponsoren, alles so in der Beschreibung. Und ansonsten, liet mich.